Ich bin sicher, ihr kennt alle angesagte Startups wie Airbnb, Instagram, Snapchat, Uber, DoorDash und Robinhood, aber habt ihr schon mal von einem Startup namens Stripe gehört? Stripe ist ein Zahlungsabwickler, der allein im Jahr 2023 mehr als eine Billion US-Dollar abgewickelt hat. Selbst wenn ihr die Namen nicht kennt, habt ihr diese Bezahlseite wahrscheinlich schon gesehen, denn nur zwei Unternehmen kontrollieren 75% des Marktes. Stripe kontrolliert 37,95% des Marktes, PayPal 37,79%, und alle anderen nur 25% und Stripe scheint der große Favorit der Technologiebranche zu sein, da Unternehmen wie Google, Amazon, Instacart, Shopify, Notion und Kickstarter Stripe bevorzugen. Wenn man das Ganze aus der Vogelperspektive betrachtet, bedeutet dies, dass fast die Hälfte des Internets ihre Zahlungen über Stripe abwickelt. Das ist besonders beeindruckend, wenn man bedenkt, dass Stripe erst 2010 gegründet wurde. Außerdem betrat das Unternehmen einen Markt, der bereits von großen Akteuren wie Visa, Mastercard, American Express, Discover und sogar PayPal beherrscht wurde. Doch trotz aller Widrigkeiten hatte Stripe geschafft, sich mit einer Spitzenbewertung von 95 Milliarden US-Dollar ganz nach oben zu setzen. Sehen wir uns an, wie sich Stripe von einem College-Nebenprojekt zum wertvollsten privaten Startup der Welt entwickelt hat. Wenn wir einen Blick zurückwerfen, führt uns die Geschichte von Stripe nach Dromineer, einem kleinen Dorf im ländlichen Irland, zu den Brüdern John und Patrick Collision. Schon in jungen Jahren zeigten die Brüder Anzeichen einer akademischen Begabung und Interesse an Informatik, Mathematik und Physik. Dies mag auf ihre Eltern zurückzuführen sein, die einen wissenschaftlichen Hintergrund hatten. Ihre Mutter war Mikrobiologin und ihr Vater Elektroingenieur. Und so kamen die Brüder schon in jungen Jahren mit der Programmierung in Berührung. Tatsächlich lernte Patrick im Alter von etwa 10 Jahren Programmierung und er entwickelte nicht nur einfache Apps oder Spiele. Nein, mit 16 gewann Patrick eine Auszeichnung als Nachwuchswissenschaftler des Jahres, als er eine neue Programmiersprache namens Chroma entwickelte, die von der Lisp-Familie inspiriert war. Das Verrückteste daran ist, dass sie in ihrer Kindheit in ihrem Dorf größtenteils nicht einmal über einen Internetzugang verfügten. Wie ihr seht, waren das keine gewöhnlichen Teenager. Während sie weiter mit dem Programmieren herumexperimentierten, begannen die Brüder natürlich auch, den Aufbau von Online-Unternehmen zu versuchen. Zum Beispiel gründeten sie ein Unternehmen namens Octomatic, das Ebay-Shop-Besitzern dabei helfen sollte, ihren Lagerbestand zu verfolgen. Dieses Unternehmen wurde in den renommierten Y-Combinator aufgenommen und als die Brüder 20 Jahre alt waren, verkauften sie Octomatic für 5 Millionen US-Dollar an Live Current Media. Es ist wenig überraschend, dass Patrick und John trotz ihrer Aufnahme am MIT bzw. an der Harvard University wenig Interesse an einer weiteren formellen Ausbildung hatten. Sie stiegen bald in die Entwicklung von iOS-Apps ein und nutzten das Geld, das sie mit kleinen Apps verdienten, um ihr Studium zu finanzieren. Sie waren überrascht, wie einfach es war, mit iOS-Apps Geld zu verdienen, da Apple das Zahlungsportal so benutzerfreundlich gestaltet hatte und hier entstand die Idee für Stripe. Zahlungen waren auf dem iPhone so einfach, aber überall sonst im Internet so schwierig. Schnell wurde ihnen klar, dass die Abrechnung mit Kunden einer der größten Schwachpunkte beim Aufbau eines Online-Geschäfts war. Es gab damals nur zwei Lösungen. Die traditionellen Finanzinstitute, die nur mit großen Unternehmen zusammenarbeiteten, und PayPal, das sich auf Endverbraucher konzentrierte, aber die Coalition-Brüder hatten einen anderen Zielmarkt. Entwickler. Letztendlich haben Entwickler großen Einfluss darauf, welche Zahlungsplattform ein Unternehmen verwendet, insbesondere wenn es sich um kleine Online-Unternehmen handelt. Die Brüder lösten im Grunde ihr eigenes Problem. Sie waren in der Vergangenheit selbst die Zielgruppe für einen Service wie Stripe, als sie andere Online-Unternehmen aufbauten, und wenn sie bei Entwicklern beliebt werden, könnten sie auch bei Unternehmen beliebt werden. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf zogen sie für einen Moment nach Buenos Aires und entwickelten den ersten funktionierenden Prototyp von Stripe. Sie wollten die Zahlungsabwicklung so reibungslos wie möglich gestalten. Stripe arbeitet bekanntlich nur mit sieben Codezeilen, und ein Startup muss nur diese sieben Codezeilen auf seiner Website hinzufügen, damit Stripe funktioniert. Das war's! Diese Einfachheit hat Stripe zum Liebling der Entwickler gemacht, und dass sie selbst Y-Combinator-Gründer waren, half ihnen enorm, frühes Feedback und Nutzer zu gewinnen. Tatsächlich war eines ihrer ersten Kunden ein NYC-Unternehmen namens 280 North, und dessen Gründer, Ross Boucher, mochte das Produkt so sehr, dass er beschloss, sein Startup aufzugeben und sich Stripe anzuschließen. Mit diesem frühen Interesse begannen die Brüder, sich an Investoren zu wenden, und 2011 erhielten sie eine Investition in Höhe von 2 Millionen US-Dollar von Elon Musk, Peter Thiel, Sequoia Capital und Andreessen Horowitz. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Stripe noch in der privaten Beta-Phase, aber im September 2011 wurde es der Öffentlichkeit vorgestellt, was zum legendären Aufstieg von Stripe führte. An dieser Stelle fragt ihr euch vielleicht, wie Stripe funktioniert und wie es Geld verdient. Nun, Stripe ist ein Zahlungsabwickler, was bedeutet, dass Stripe Zahlungen von Kredit- und Debitkarten in jeder Währung einziehen kann. Stripe wickelt jährlich Zahlungen in Höhe von 1 Billion US-Dollar ab und berechnet 2,9% des Transaktionswerts plus 30% für jede Transaktion. Das ist ein geniales Geschäftsmodell, weil Stripe im Grunde genommen von jeder einzelnen Zahlung, die über sie abgewickelt wird, einen Anteil erhält, ohne sich um Endverbraucher, die Lieferung von Produkten, die Bereitstellung von Kundensupport und was auch immer kümmern zu müssen. Deshalb ist Visa ein 500-Milliarden-Dollar-Unternehmen. Sie wickeln jedes Jahr Billionen von Transaktionen ab und ihre Bruttomargen liegen buchstäblich bei 100%. Stripe hat dieses äußerst profitable Geschäftsmodell im Grunde genommen, ins Internetzeitalter gebracht und sie haben nicht nur die alten Anbieter verdrängt. Der größte Vorteil von Stripe gegenüber PayPal ist, dass die Nutzer kein Konto anlegen müssen. Außerdem ist Stripe nicht dafür bekannt, dass es Gelder willkürlich zurückhält, wie es PayPal manchmal tut. Man könnte sagen, dass Stripe das perfekte Fast-Follower-Unternehmen ist. Fast-Follower-Unternehmen machen nichts Neues, stattdessen kopieren sie die Konkurrenz und machen die Dinge spürbar besser. Das beste Beispiel dafür ist Google. Keines ihrer großen Produkte ist ein neuartiges Konzept, ob es sich um E-Mail, Suche, Browser, Cloud-Speicher oder Video-Sharing handelt. Sie haben all diese Dienste einfach besser gemacht und da die Menschen bereits wissen, was all diese Dinge sind, musste sich Google nicht um die Aufklärung der Kunden kümmern, sondern sie nur davon überzeugen, zu wechseln. Stripe hat genau das Gleiche in der Zahlungsbranche getan. Sie haben gesehen, was PayPal, Visa und Mastercard nicht gut gemacht haben und haben es behoben. Zum Beispiel mischt sich PayPal gerne in den Bezahlvorgang ein und macht sich selbst bekannt, was die individuellen Bezahlvorgänge beeinträchtigt. Stripe hingegen arbeitet eher wie ein White-Label-Unternehmen. Sie geben Entwicklern die volle Kontrolle darüber, wie sie Stripe integrieren möchten. Die Zahlungsabwicklung war jedoch nur ihr erstes Geschäft. Als sie immer weiter in diese Richtung gingen, erkannten sie, dass es mehrere angrenzende Märkte gab, die sie bedienen konnten, wie zum Beispiel Sicherheit. Stell dir vor, du bist ein Geschäftsinhaber, der Zahlungen abwickelt. Du musst dich regelmäßig mit Kreditkartennummern und anderen sensiblen Daten befassen und je größer du wirst, desto mehr wirst du auch für Hacker und Kriminelle zum Ziel. Dies ist natürlich ein Sicherheits-Albtraum, der Stripe die perfekte Gelegenheit bietet, einzugreifen und diese Daten sicher zu verarbeiten. Das Interessanteste an diesem Geschäft ist jedoch, dass Stripe-Unternehmenskunden die Möglichkeit bietet, ihre Daten an direkte Konkurrenten zu exportieren, wenn sie dies wünschen. Das mag sich widersinnig anhören, hat sich aber für Stripe als sehr vorteilhaft erwiesen. Da Stripe seinen Kunden die Möglichkeit bot, das Unternehmen jederzeit zu verlassen, hatten diese weniger das Bedürfnis, dies zu tun, da sie wussten, dass es jederzeit möglich war. Da Stripe auch wusste, dass die Kunden diese Möglichkeit hatten, war das Unternehmen sehr darauf bedacht, das bestmögliche Produkt zu entwickeln und die Kundenbindung zu maximieren. Stripe zwang sich im Grunde genommen dazu, seinen Kunden jeden Tag einen Mehrwert zu bieten, um relevant zu bleiben und, obwohl dies ihnen kurzfristig einen kleinen Nachteil verschaffte, half es ihnen, die zufriedensten Kunden und das beste Produkt auf dem Markt zu haben. Einer der interessantesten Aspekte von Stripe ist, dass das Unternehmen nie wirklich Marketing betrieben hat. Es wurden keine hochmotivierten Verkäufe eingestellt oder verrückte Werbeaktionen durchgeführt, um Unternehmen zur Anmeldung zu bewegen. Stattdessen wuchs Stripe hauptsächlich durch Mundpropaganda, was überraschend ist, da es sich um einen Backend-Zahlungsabwickler und nicht um ein soziales Netzwerk handelt. Aber es stellte sich heraus, dass alle anderen Lösungen auf dem Markt im Vergleich zu Stripe so enttäuschend waren, dass die Ingenieure nicht aufhören konnten, darüber zu sprechen. Das Wertversprechen von Stripe für Unternehmen war auch ziemlich einfach. Stripe kostete so ziemlich das Gleiche wie alle anderen Anbieter, aber ihre Ingenieure zogen es bei weitem vor und da Stripe es einfach machte, zu jemand anderem zu wechseln, war es ein Kinderspiel, ihnen eine Chance zu geben. Schon bald sahen wir Stripe-Portale bei einigen der angesagtesten Startups und Unternehmen und mit der wachsenden Kundschaft wuchs auch Stripe. Nur zwei Jahre nach der Gründung konnte Stripe 18 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 100 Millionen US-Dollar aufbringen und noch im selben Jahr kamen weitere 20 Millionen US-Dollar von Sequoia Capital, Founders Fund und vor allem American Express Ventures hinzu. Selbst große Kreditkartenunternehmen wollten sich also hinter Stripe stellen, anstatt mit ihnen zu konkurrieren und Amex war nur ihr erster strategischer Partner. Bald zogen sie weitere strategische Investoren an, darunter Visa und Google. Diese Art von Investoren beteiligt sich normalerweise erst später an einem Startup, aber sie können dank ihrer Glaubwürdigkeit einen enormen Einfluss haben. Als Google beispielsweise anfing Stripe zu nutzen, wurde es plötzlich für andere große Technologieunternehmen akzeptabel, sie ebenfalls zu benutzen. Obwohl Stripe in der Welt der Zahlungsabwicklung so viel Erfolg hatte, hörte das Unternehmen nie auf zu expandieren. So wurde 2012 beispielsweise Stripe Connect eingeführt, mit dem Unternehmen Zahlungen nahtlos an mehrere Verkäufer senden können. Dies war besonders für Unternehmen wie Shopify und Lyft nützlich, da sie Zahlungen zwischen mehreren Käufern und Verkäufern verwalten müssen. In ähnlicher Weise wurde 2018 Radar 2.0 eingeführt, ein Tool zur Betrugsaufdeckung und Validierung, das Kunden dabei unterstützt, Kreditkartenbetrug zu erkennen und zu reduzieren. Etwa zur gleichen Zeit führte Stripe Atlas einen, das neuen Startups bei der Gründung und den ersten rechtlichen Formalitäten hilft. Unabhängig davon, um was für ein Produkt es sich genau handelte, ihr Zielmarkt war immer derselbe, was uns zu Stripes Geheimrezept bringt. Das Geheimnis hinter dem rasanten Wachstum von Stripe in den letzten 14 Jahren sind die Kunden, die das Unternehmen bedient. Ob es um Zahlungsabwicklung, Betrugsaufdeckung oder die Formalitäten für Startups geht, Stripe konzentriert sich auf Kunden, die von den großen Playern übersehen werden. Bei der Zahlungsabwicklung konzentrieren sich Unternehmen wie Visa und Mastercard in erster Linie darauf, das Leben für Kunden wie Walmart und Home Depot so einfach wie möglich zu machen, nicht für kleine Websites. Das gleiche gilt für die Betrugsaufdeckung. Unternehmen für Bonitätsprüfungen und Betrugsprävention wie Experian und Equifax bedienen Akteure wie Amex und Apple, nicht aber Startups und lokale Unternehmen. Indem Stripe kleineren Unternehmen eine branchenführende Lösung anbot, konnte sich das Unternehmen schnell als die Anlaufstelle für diese Zielgruppe etablieren. Und so wie diese kleineren Unternehmen 50- und 100-fach wuchsen, wuchs auch Stripe. Für die Zukunft plant Stripe genau diese Strategie in einem viel größeren Maßstab zu wiederholen. Dies bezieht sich in erster Linie auf die globale Expansion und insbesondere auf die Expansionen unterversorgter Entwicklungsländer. So erwarb Stripe beispielsweise im Jahr 2020 Paystack, das sich schnell zum Stripe Afrikas entwickelte. Stripe hat sich auch an aufstrebenden Zahlungsunternehmen auf den Philippinen und in Pakistan beteiligt. Sie haben sich auch stark im Bereich der Startup-Finanzierung engagiert, mit der Idee, dass diese potenziellen zukünftigen Giganten von Anfang an mit Stripe-Integrationen starten können. Wie hat es Stripe also geschafft, innerhalb von nur 14 Jahren von Null auf eine Billion US-Dollar an Zahlungen zu kommen? Nun, Stripe hat auf Underdogs gesetzt und ihnen Lösungen zur Verfügung gestellt, die sonst nur großen Unternehmen vorbehalten waren. Und als diese Underdogs zu bekannten Namen wurden, wurde es auch Stripe. Danke fürs Zuschauen. Schaut euch doch jetzt eines unserer anderen Videos an und wenn ihr mehr Fragen einfach erklärt haben wollt, abonniert gerne den Kanal.